hi und willkommen zu meinem mittwochs video ja ich muss euch was erzählen weil das jetzt voll witzig wäre wenn ich mein t-shirt wechsel einfach mal so aber gut nein ich habe mit meiner mutter gesprochen nicht mit meiner mutti mit meiner mutter mit mom mit cookie es ist eigentlich eine ganz süße geschichte warum ich sie immer cookie nenne das ist da denke ich immer jeder die falsche geschichte darüber erzählt man solche internen okay also als ich ein kleines mädchen war habe ich habe ich immer ganz gerne galileo noch geguckt damals als es noch wirklich um wissen ging und nicht um vermarktung von irgendwelchen produkten ja auf jeden fall habe ich damals vom kupilova kaffee gehört und das ist der teuerste kaffee der welt und ich habe damals irgendwie was gesucht wie ich meine mama nennen kann weil ich immer weil ich mir da immer was einfallen lassen ich habe da ich habe als kind schon immer gerne neue namen von meine eltern einfallen lassen also bei spiele mein papa der heißt mit papa daddy didgeridoo das habe ich das mache ich voll gerne in didgeridoo zu nennen fängt mir gerade auf papilein daddy ja und meine man die habe ich halt mom mama mami cookie mumi nation mumi nation das ist immer so ein fortlaufender prozess meistens nenne ich es immer ja und ja und dann habe ich halt mal wieder was neues gesucht weil es einfach so ein ding bei mir war und dann habe ich halt die geschichte gehört von diesem kaffee das ist der teuerste kaffee der welt und überhaupt und sowieso und weil sie damals sozusagen mein kontakt zur außenwelt war und somit für mich das teuerste was es gibt war habe ich mich entschieden sie danach zu nennen habe sie dann einfach cookie genannt nachdem nachdem cookie also eigentlich keine sehr charmanter name weil der kaffee ja nur entsteht weil die katzen des essen und dann wieder aber ich habe halt einfach von wertigkeit und ja deswegen heißt es vielleicht mal für mich cookie gut damit habt ihr mal wieder neue geschichte aus meinem leben aber eigentlich ging es gar nicht darum ich wollte euch eigentlich was anderes erzählen ich wollte erzählen dass ich ja auf jeden fall zu diesem zeitpunkt als ich meine cookie angefangen habe cookie zu nennen und zwar nicht nach dem keks weil sie ist für mich kein keks das wertvollste was es überhaupt gibt nämlich eine mutter und mein vater ist halt für mich so dass es halt die cherry du das gegenstück zu cookie ist mit martin cherry du ich weiß auch nicht aber ist halt so ja vielleicht welche und die cherry du haben wollte ja egal auf jeden fall war es dann so dass ich dass meine eltern ich war damals in pubertät und dann irgendwann ging es um das thema selbstvertrauen und ich muss zugeben und das wird jetzt wahrscheinlich viel überraschen und weil bei der aussage ich habe weder ein selbstbewusstsein noch ein selbstvertrauen habe ich beides nicht weil für selbstbewusstsein muss man sich sich selbst bewusst sein und das geht schon nicht weil ich weil ich an sich kein körpergefühl oft habe und wie willst du dir dir selbst bewusst sein wenn du wenn du dich selbst nicht spült also ich meine klar als ich mir da hier damals mit der süßen mit der süßkarten mit die messervolle kann die in die hand gestochen haben wegen bei der süßkartoffel das hat wehgetan und die narbe tut immer noch weh wenn das wetter sich danach wechselt ganz witzig und klar wenn ich mich mal anschlag merke ich es auch aber an sich merke ich mich nicht und ich habe oft so situationen wo meine namens so zu mir meine man mich anguckt und sagt waschen den blauen fleck her und ich mir denke weiß nicht und ja zurzeit habe ich zwar einen mega fiesen pickel im ohren der tut mega weh wirklich mega weh aber wenn ich echt so eine ausnahme dass ich sowas fühle und ok kleiner momente an dem jungs weghören gehört einfach einfach weg aber ich es ist für mich oft so gewesen dass ich das auch wenn es blöd war und schmerzhaft war habe mich über meine periode gefreut auch in gewisser form weil durch diesen periodenschmerz habe ich zumindest mal ein bisschen was von mir wahrgenommen und habe man nicht nur war nicht nur so irgendwie irgendwo da und habe mir so gedacht wo ist da denn das gegen wo ist sie denn sondern war was und ja seit neuestem habe ich das jetzt auch nicht mehr sehr traurig ist es meine erste periode überhaupt in meinem ganzen leben wo ich keine ibuprofen brauchen nichts ich bin jetzt am dritten tag und ich habe noch kein schmerzmittel genommen ich bin begeistert aber eben auch leider nicht aber es ist cool das kann gerne so weitergehen für diese periode geht vier sterne gerne wieder ich habe den männern gesagt sie sollen weghören ja auf jeden fall auch so ein ding ist selbstbewusstsein ist sich selbstbewusstsein und die wahrnehmung von sich selber aber was meine eltern mich mir immer beigebracht haben ist ein selbstwertgefühl und ich glaube auch das selbstbewusstsein und nicht so wertvoll ist wie das sich wie ein wie ein das gefühl was man sich selbst wert ist und meine eltern haben mir halt schon als kind beigebracht tue keine dinge die du nicht willst weil du musst es nicht tun weil wenn nur weil irgendjemand anders etwas von dir will oder erwartet und in diesem in dieser art bin ich aufgewachsen und bin deswegen auch oft als sturkopf bezeichnet worden weil ich zu dingen gesagt habe als kind nein das will ich nicht und es ist bis heute so dass ich mir selbstbewusst bin was ich was ich mir wert bin und ich auch ich auch oft so sachen habe wo ich dann sagt nee an dem punkt will ich einfach nicht mehr weil es für mich mir ist nicht mehr wert ist an diesem punkt weiter zu gehen weil ich merke dass das was ich dabei verlieren würde ist mehr als das was ich dabei gewinnen kann ja und ich das ist so ein tipp den ich einfach habe man sagt immer bringt euren kindern selbstbewusstsein bei selbstbewusstsein ist so wichtig und so was wertvolles aber ist es nicht weil selbstbewusstsein ist ja bloß dass sich selbstbewusstsein dass man existiert und ja das ist zwar was tolles wenn man weiß ich existiere aber das hilft einem auch nicht immer dass man dann dass man im richtigen moment nein sagen kann ich habe ganz viele leute erlebt die als ultra selbstbewusst gegolten haben die ultra wo man so das gefühl gehabt hat boah die 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 strotzen vor sich vom selbstbewusstsein und dann im nächsten moment haben sie aufgaben angenommen wo sie dran zerbrochen sind wie kleine stöcke wo wo ich hingegen gesagt habe nö ist mir nicht wert und und da denke ich mir also das ist ja keine wertung sein aber in dem moment dachte ich mir das selbstwertgefühl ist anscheinend etwas was einen mehr schützt auch selbstbewusstsein schützt dich nicht das kann ich von nichts schützen weil es einfach nur ja es ist nur eine momentaufnahme selbstbewusstsein ist auch etwas was dir genommen werden kann und zwar ganz schnell ein beispiel du hast gefühl du bist zu ich also wenn mein ich habe manchmal momente wo ich so selbstbewusst bin und dann gehe ich nach unten zu stolz geschwellte brust und bin stolz ohne ende auf mich und dann sagt meine mutter zu mir hol mir mal kurz den tee vom vom schrank runter und ich komme nicht mal im ansatz an diesen tee ran und bäh selbstbewusstsein ist weg aber das selbstwertgefühl nun zu sagen nee kann ich nicht ich bin dafür zu klein gewachsen aber ich bin halt wie ich bin das ist dann da und dann fühle ich mich auch trotzdem wieder gut klingt das jetzt komisch? ja und das war sowas was ich euch einfach mal mit auf den weg geben wollte dass selbstbewusstsein zwar eine feine sache ist aber selbstwertgefühl ist das was uns am ende des tages viel mehr bringt wenn ich es mir jetzt wert bin werde ich keine ibuprofen nehmen ich ziehe durch ich ziehe diese periode durch ohne schmerzmittel ich mache es ein winz nur nicht wenn ich mich danach fühle wie superman und batman zusammen ich mache die beiden und die nur bewusst her platt man könnte gerade meinen ich habe voll die klatsche aber ich bin einfach mega stolz auf mich gut das war alles was ich euch dazu erzählen wollte schreibt mir mal gerne in die kommentare was ihr dazu meint oder wie ihr das seht ihr könnt mir auch gerne auf twitter oder facebook schreiben und eine e-mail die bam.ritemathoutlook.com ich wünsche euch eine wunderbare zeit und bis bald tschüss Vielen Dank.